Ich bin der Johann Gose, ich bin der Bürgermeister hier aus Prien und wir möchten gerne Leuten, die so vorbildlich unsere Einrichtung hier nutzen und so eine angenehme Erscheinung hier sind, in unserem Hafen möchten wir von der Marketingabteilung gerne ein kleines Präsent überreichen. Da habe ich Ihnen das mitgebracht und damit wünsche ich Ihnen ganz viel Vergnügen, ja? Meinen Sie nicht, das können Sie irgendwelchen Kindern schenken, die haben da mehr davon. Ja, und seien Sie auch in Zukunft so ein liebenswerter Gast. Der Bürgermeister grüßt mich, er guckt mich nicht mal an. Ich wollte mal wissen, was er hier dreht. Verdächtiger kleidet sich wie ein 16-Jähriger. Ziemlich verdächtig, Dr. Watson. Notieren Sie das. Kennzeichen für Güterslogie. Bist ihr das zufällig Hitzkopf-Männlich? Ich komme nicht weiter. Was ist das? Gibt es so Jugendwörter, ne? Ist das der Allmann, Agro-Allmann, Thalerhuhn oder ist das irgendwie was? Sind ein paar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? Ich überlege. Vielleicht auch sowas irgendwie so wie Pimmelfresse, Mösenverfehler, Wald- und Wiesenwichser, Vollidiot, Fickfehler, Stück Scheiße, Hurensohn, Sexarbeiterin, so und so. Ah, ich hab's, der Halbstarke. Ich kann euch, ähm, ich, äh, ich muss euch danken. Halbstarke, der Halbstarke. Weißt du, was hier auch ist am Wochenende? Die ist in Boerbeck Feuerwehrfest. Das ist doch was. Ach nee, ich will nicht zum Feuerwehrfest. Nee. Schatz, was ist denn? Was möchtest du denn machen? Freibad, das wär cool. Lass uns zusammen ins Freibad gehen. Wir waren letzte Woche im Freibad, das ist langweilig. Weißt du, was wir machen? Wir machen Bungee-Jumping. Nein, ich will kein Bungee-Jumping machen. Ich hab da Angst vor. Ja, mein Gott. Ich bin da viel zu jung für. Du bist da nicht zu jung für. Die Mama kennt jemand, der fälscht wieder den Ausweis und da machen wir dann einfach. Komm, stell dich nicht so an. Ich hab da aber Angst vor. Nee, nur die Haken kommen in den Garten. Ich will nicht Bungee-Jumping. Wir gehen Bungee-Jumping. Das wird super schön. Ciao. Hallo. Und haben Sie ein Wunschthema? Die Pflegeleitung schickt mich. Ich soll mich ein bisschen mit Ihnen unterhalten. Die Zeit vertreiben. Garten, Kreuzworträtsel, Western. Wir können über die guten alten Zeiten können wir reden. War Doom besser? War Counter-Strike? Nee? Okay. Alles klar. Hab ich dann ja jetzt auch gemacht. In einem digitalen Format. Alles klar. Ich mach die Fliege. Ich werd auch nicht für mehr bezahlt. Freie Krankschreibung. Ich hab Norovirus. Wenn Sie mich umarmen, können Sie bestimmt sieben Tage zu Hause bleiben. Schade. Es geht, Mädels. 4.000 Follower auf TikTok. Wie viele habt ihr? 3.000. 3.000? Wir können uns ja zusammentun. Dann können wir unsere Reichweiten steigern lassen. Machen wir so einen Co-Autoren-Beitrag. Mega. Folgt mir. Ey, Leute, da kommt eine Riesensache auf uns zu. Davon hab ich gehört. Mit so einem Zauberer. Da ist der irgendwie an so einem Bahngleis. Dreiviertel Gleis. Dann sind die auf so Zauberstäben. Da gibt's auch so Bücher. Dann soll auch vielleicht mal verfilmt werden. Und das wird eine Riesensache. Das, glaube ich, wird einen richtigen Hype geben. Das heißt Harry. Irgendwas mit Harry. Und das wird der neue heiße Scheiß. Das sag ich euch. Ein Harry Potter, glaube ich. Harry Potter. Ja. Mein Geheimtipp. So. Oder? Ja, super. Gefällt mir. Das riecht halt hier sehr nah. Entschuldigung. Der Döner riecht sehr doll. Und wir machen hier gerade unsere Yoga-Practice. Okay. Nee, mit dem Geruch kann... Das geht hier nicht. Der Geruch lenkt mich dermaßen ab. Also, so kann ich kein Yoga machen, ne? Ja, dann müssen wir vielleicht da hinten mal gucken. Jo, was geht ab, Leute? Ich bin gerade unterwegs. Die Sonne scheint. Ich bin mit meiner Freundin. Warum... Sie ist immer so. Sie ist immer so. Aber warum macht es immer so? Mach Platz, mach Platz, mach Platz. Ah, Sie sehen ja, dass ich hier stehe. Da müssen Sie ja nicht direkt da so dran vorbeiquetschen. Da kann man doch woanders hergehen. Also... Mach Platz, mach Platz. Eins, und zwei, und eins. Die Sonne, die Sonne und du. Ich singe gerne Lieder über das Schöne dieser Welt, wenn die Wiesen blühen. So schlimm kann das schon nicht sein mit dem Klimawandel, oder? Schaut euch mal raus, wie schön ist die Natur, nicht wahr? Okay, ich bin auch immer ein bisschen druff, wenn ich meine Texte schreibe. Judy. Okay, ihr zwei. Tschüss, ne? Hallo, habt ihr kurz Zeit ein Minivideo von mir vor diesem wunderschönen Panorama zu machen? Können wir machen, klar. Supergut. Oh Gott, es fängt an zu regnen, ich muss mich beeilen. Ich habe schon Play gedrückt, einfach, dass ich so mittig bin und dass ich Grüße ausrichten kann. Hallo, liebe Luisa, meine sogenannte beste Freundin. Gruß-Video an dich. Dein Cedric hat dir ja leider nicht gereicht, deswegen musstest du ja auch noch mit meinem Freund was starten. Aber, wie du siehst, ich bin trotzdem einfach hier hingefahren an den schönen Strand, wo wir eigentlich mal einen Junggesellen-Abschied feiern wollten. Und dreimal darfst du raten, wer das Handy-Video macht, meine Süße. Ganz genau, Cedric. Ich will dich gar nicht lange volllabern, weil wir wollen jetzt auch in den Wellnessbereich und uns ein Creme-Hörchen gunnen. Also, und nur Küsse an dich, meine Liebste. Danke, Cedric. Kannst aufhören zu filmen. Super, das hat mir jetzt wirklich sehr geholfen. Danke euch. Ja, Bronco. Auf Join. Nein, auf Join. Join. Bronco, mein Lieber, wenn du neue Folgen Comedy Street da gucken willst, das guckst du auf Join. Du guckst sie nicht auf Eselfilme, auch nicht auf Kino.to, auch nicht auf Saugstube, Torrent oder Rapid. Einfach auf Join. Es ist umsonst. Sorry, Alter. Es ist umsonst. Und es ist auch illegal. Es tut mir leid, Bronco. Du musst die Folgen leider umsonst und legal gucken. Auf Join. Danke.